Hallo, mein Name ist Professor Bockelmann und ich möchte jetzt den Zuschauern mal erklären, warum es Spaß macht und für sie sinnvoll ist, sich an der Wolfpack University zu beteiligen. Ihr, also die Zuschauer, haben die Möglichkeit, den Studenten, also den Künstlern, ihre Stimme zu geben. Und nur die Künstler, die genügend Stimmen haben, kommen auch ins nächste Semester. Und so entscheidet der Zuschauer darüber, welcher Künstler seinen Abschluss schafft und welcher eben nicht. Herzlich Willkommen zur Wolfpack University und worum es hier geht, werde ich euch jetzt erklären. Mein Name, könnt ihr euch einprägen, ist Herr Bockelmann. Die Musikindustrie hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert. Das Internet ist ein wichtiger Bestandteil des Musikmarktes geworden und von dort kaum mehr wegzudenken. Und genau da setzt die Wolfpack University an. Wir bieten euch die Möglichkeit, gefördert zu werden. Wir nutzen dafür dieses Internet, insbesondere die Plattform YouTube. Wir bieten euch die Möglichkeit, mit Wolfpack Künstlern zusammenzuarbeiten. Und wer jetzt noch mehr Informationen haben möchte, der schaut einfach in die Videobeschreibung oder schreibt eine E-Mail an university at wpeberlin.com. Die Wolfpack University ist eine Universität für die Besten der Besten. Und wenn du glaubst, du hast das Zeug dazu, dann bewirb dich jetzt. Mein Name ist Professor Bockelmann und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.